Das Institut Gerda Kosmetik in Zell am See ist seit mehr als 25 Jahren um das ganzheitliche Wohlbefinden seiner Kunden bemüht. Die Profis bieten zahlreiche Kosmetik-Spezialbehandlungen für Gesicht und Körper wie Permanent Make-up, Wimpernverlängerung bzw. Verdichtung oder Haarentfernung, aber auch Schminkberatung für jede Gelegenheit. Weiters zählen die Verödung von Kuperose sowie Dermabrasion, Maniküre und Nageldesign zum Leistungsspektrum von Gerda Kosmetik. Abgerundet wird das Programm durch diverse Massagen, medizinische Fußpflege, Nagelspangen und Orthosen bei Fehlstellungen und Druckstellen. Die weltweit bekannten Behandlungsmethoden aus dem Hause Maria Galland weiß, das Team wahrhaftig an den persönlichen Hauttyp anzupassen, wodurch beste Ergebnisse erzielt werden. Dabei liegt das Erfolgsrezept des etablierten Institutes, welches Kunden aus dem In- und Ausland willkommen heißt, stets in der Qualität des Handwerks. Weitere Infos gibt es auf www.gerdakosmetik.at